Herzlich willkommen, Dominik Goya mein Name. Freut mich, dass du vorbeischaust. Wenn dir der Kanal hier gefällt, gerne direkt gleich ein Abo dalassen, gerne auch einen Daumen hoch oder natürlich die Videos teilen. Das ist mein drittes Video zum Thema Immobilien. Ich habe dazu ein Video gemacht, da findest du die Verlinkung auch nochmal hier oben, nämlich wie ich damals 2007 war es für 14.000 Euro mein erstes Einzimmerappartement gekauft habe, das ich immer noch vermietet habe und dabei auch fast auf die Schnauze gefallen wäre. Dazu habe ich einen Buchtipp, damit du dort nicht auf die Schnauze fällst. Den findest du auch in dem verlinkten Video. Hat sich genannt, dieses Buch, die Do-it-yourself-Rente. Ich habe dann auch nochmal ein zweites Buch vorgestellt gehabt und das verlinke ich jetzt auch nochmal direkt hier oben, müsstest du das sehen, nämlich das Buch Brügel für den Hausbesitzer. Das ist in Romanform geschrieben, ist eine richtig geile Story von Klaus Barski war das Ganze, glaube ich. Ja, Klaus Barski war es und der hat dort wirklich mal seine Erfahrungen als Immobilieninvestor, auch als Immobilienspekulant, als Vermieter in Romanform gepackt mit echt einer geilen Storyline dahinter. Also macht mega Spaß zu lesen, wenn man eben nicht so aufs Sachbuch steht. Heute habe ich noch ein drittes Buch mit am Start und das ist ein Buch von jemandem, der extrem reißerischer Buchtitel wählt, aber die nicht davon ablenken sollten, dass ich dieses Buch hier vorstelle, weil der Inhalt einfach richtig gut ist. Das Buch nennt sich reicher als die ... Ihr habt es gerade kurz gesehen, ich habe es in die Kammer gehalten, sozusagen zensierter Titel und dann auch dementsprechend reißerisch der Untertitel von dem ganzen Buch, nämlich mit 0 Euro Startkapital in 5 Jahren zum Immobilienmillionär. Das Buch hat geschrieben, Alex Düsseldorf-Fischer nennt er sich, vielen, die sich jetzt von euch schon mal mit Immobilien beschäftigt haben, einen Begriff definitiv und ich habe mir auch überlegt, hey, soll ich das Buch vorstellen, soll ich es nicht vorstellen, weil der Titel einfach so extrem reißerisch ist und natürlich auch dieser Subtitel hier mit dem mit 0 Euro Startkapital in 5 Jahren zum Immobilienmillionär, das ist natürlich auf die Spitze getrieben. Deshalb auch ausdrücklich mit Vorsicht insofern zu genießen, dass du nicht auf den plakativen Titel reinfallen solltest, insofern, dass du dann sagst, nee, schaue ich mir erst gar nicht an das Buch. Aus einem Grund, der Inhalt ist richtig gut. Das ist auch der Grund, warum ich es hier vorstelle. Und ein Thema, mit dem das ganze Buch hier gleich beginnt, ist das Thema Mindset. Und das Thema Mindset wird auch darüber entscheiden, ob jemand von uns, du oder ich, wirklich Bock hat, innerhalb von 5 Jahren so eine krasse Immobilieninvestor-Geschichte-Story hinzulegen, weil dazu muss man ein Mindset haben und auch einen gewissen Ruhepuls haben, den ich nicht habe, sage ich ganz offen. Also ich habe den nicht, ich könnte diesen Weg, auch wie man sowas tatsächlich erreichen könnte, der hier auch vorgeschlagen ist, könnte ich nicht gehen. Da könnte ich selbst nicht mehr ruhig schlafen. Aber trotzdem bietet dieses Buch hier extrem viel gute sachliche, inhaltliche Tipps und ist damit auch vom Inhalt her wiederum wie ein Sachbuch, obwohl der Titel mehr oder weniger einfach wie so plakativ ist, dass ich es mir selbst fast nicht besorgt hätte, dieses Buch. Vom Inhaltlichen ist es so, da fängt es natürlich an mit dem Grundsatzthema, macht Geld überhaupt glücklich. Das Thema wird jedem von euch schon mal beschäftigt haben. Da gibt es auch die Studien natürlich drüber, bis wann macht eine Steigerung des Geldes, was man hat, auch was man vielleicht als Gehalt bekommt oder als Honorar bekommt, noch glücklich. Und da gibt es auch so eine Grenze, die unterscheidet sich natürlich von Region zu Region, von Land zu Land logischerweise, aber hier in Europa oder auch in den Ländern, auch wir USA etc., wo die ganzen Studien gemacht werden. Da bewegt die sich irgendwo bei einem Jahreseinkommen zwischen 60.000 Euro und 80.000 Euro. Das ist so diese Spanne, ab dem nicht mehr so richtig diese Kurve nach oben geht, dass dein Glück sich weiter steigert. Das besagen die Studien, die es da gibt. Da gibt es einfach so ein Level, bis zu dem steigt es richtig steil an und ab dem flacht die ganze Kurve ab. Und dann gibt es dort keinen so starken Zusammenhang mehr. Darum geht es als erstes. Danach geht es direkt um das Thema Mindset. Auch Mindset, wenn man vielleicht relativ schnell viel Geld machen will in kurzer Zeit. Dann auch natürlich das Thema, wie dort unser Verstand mitspielt, unsere Emotionen mitspielen, wie man das Ganze natürlich sich auch bewusst machen muss. Und dann geht es aber auch vor allem um die Themen, hey, wie funktioniert das Ganze, was die Finanzierung anbetrifft? Wie funktioniert das Ganze, dass du den passenden Kredit natürlich bekommst, den du benötigst? Wie funktioniert das Ganze, dass man vielleicht mit weniger Eigenkapital noch mehr finanziert bekommt? Wie funktioniert es auch, dass ich mich da nicht in zu eine große Falle setze, was der gebundene Zins anbetrifft? Und so weiter. Das Ganze geht hier komplett durch. Einmal von A bis Z, hätte ich fast gesagt. Ist auch ein dickes Buch geworden hier. Hat über 400 Seiten. Empfehle ich dir, wenn du Lust drauf hast, dich da wirklich eingehend mit zu beschäftigen. Das ist meine dritte Buchempfehlung. Das habe ich tatsächlich in meine Top 100 Bücher mit reingewählt. Nämlich aus dem Grund, dass ich sage, diese Kombi der Bücher, die ich da vorgestellt habe, das waren jetzt drei Stück. Das war nämlich das sehr, sehr plakative Buch hier. Das war das in Romanform geschrieben, Prügel für den Hausbesitzer. Und es war hier die Do-it-yourself-Rente mit dem Invocation-Projekt. Das hier wirklich sachlich, gut gemacht, sehr kompakt. Das Ganze und auch mit realistischen Fakten dahinter, realistischen Zahlen, empfehle ich jedem, der vielleicht mehr der Sachtyp ist. Dann das Buch, der, der mehr auf Storys steht, der geile Geschichten lesen will und trotzdem was über Immobilien erfahren, empfehle ich hier von Klaus Barski, die Prügel für den Hausbesitzer. Und der, der vielleicht ein bisschen tollkühn ist, sagt, hey, ich bin jemand, der auch einen Tick der Spielertyp oder die Spielerfrau ist, von der Risikobereitschaft und will wirklich viel reißen in kurzer Zeit, will aber die Kombination aus hier einem plakativen Buchtitel und Fakten in einem Buch haben, dem empfehle ich dieses dritte Buch. Deswegen auch alle drei in meinen Top 100 Empfehlungen, weil das finde ich für mich selbst die perfekte Kombination, um möglichst viel innerhalb von drei Büchern wirklich die ganze Spannweite auch, von ganz sachlich bis zu ganz reißerisch geschrieben, dazwischen noch der Roman, um das alles wirklich abgedeckt zu haben. Damit diese Buchempfehlung. Du findest auch diese drei Bücher nochmal verlinkt unten drinnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und wenn dir es gefallen hat, würde es mich echt freuen, wenn du das Video teilst, einen Daumen hoch lässt und sogar den Channel abonnierst. Dann wirst du regelmäßig informiert, wenn ich dir meine Top 100 Buchempfehlungen vorstelle. Alles Gute, schön, dass du hier dabei geblieben bist und bis bald wieder, dein Dominik. Ciao, ciao.